Fährst du? Nein, du fährst nicht. Nein, ich wollte oben schon mal die Schülle reinräumen. Ich finde, den Tret mal bitte. Ja. Einen Bräucher und den würde ich jetzt nicht verküllen. Ja. Okay, okay. Morgen, wir fahren heute nach Ungarn. Noch mehr brauchst du zu unserem Haus und bleiben da bestimmt zwei Monate. Das heißt, wir ziehen heute aus dem Wohnwagen aus. Komm. Ja, geh wieder runter, dann gebe ich dir das, ja? So. Nach fünf Wochen im Wohnwagen freue ich mich ganz besonders auf eine Waschmaschine. Kein Internet suchen, weil wir waren ja in verschiedenen Ländern und in jedem Land, wo wir noch nie vorher in dieser Konstellation waren, jetzt zum Beispiel Italien, muss man immer erst Internet suchen. Mobile Daten für uns. Jetzt komme ich darauf, dass wir einen Zaun haben, dass das Murphy einfach laufen kann im Garten und vieles mehr natürlich. Wir haben ganz viele Termine in Ungarn jetzt für die nächsten paar Wochen. Auf jeden Fall wird diese Woche unsere Küche, die Arbeitsplatte installiert, dann haben wir endlich eine Spüle in der Küche. Was für eine Erleichterung wird das sein. Wir mussten ja immer erst in der Badewanne spülen. Jetzt haben wir die Spülmaschine, aber wir haben keine Spüle. Und das ist so doof, wenn man nicht mal eben einen Topf spülen kann oder so. Und das jetzt schon ja seit einem halben Jahr oder so, immer wenn wir da waren. Warte mal. Es soll auf jeden Fall unsere Einfahrt gebetoniert werden. Da mussten wir ja noch gucken wegen der Grundstücksgrenze und so. Der Termin wurde mehrfach verschoben. Jetzt müssen die nochmal kommen, kriegen wir nochmal einen Kostenvoranschlag. Was das halt kostet, weil alles ein bisschen anders gemacht werden muss wegen dieser Grundstücksgrenze. Unser Zaun, unser Grundstück soll endlich eingezäunt werden. Dann haben wir damals neue Fenster bei uns ins Haus einbauen lassen. Und weil wir die dann noch ein paar Mal haben, nochmal raus, wieder rein, weil wir die anders haben wollten und so, haben wir noch keine Rollos davor. Und jetzt haben wir entschieden, wir möchten wahrscheinlich auch gar keine Rollos, sondern wir hätten gerne Fensterläden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du am Haus so, kannst du aufmachen, so Holzfensterläden. Das finde ich so schön. Und das habe ich halt in Österreich immer so gewundert. Wir sind jetzt zur Zeit wieder in Österreich. Und dann habe ich ihn Bernd gefragt und der baut ja gerne sowas aus Holz und so. Und ja, wahrscheinlich kriegen wir Fensterläden. Mal schauen, wir gucken mal, wie er das so installieren kann, ob das so klappt. Da würde ich mich richtig, richtig freuen, wenn das funktioniert. Also das steht dann an für unsere Fenster. Fliegengitter brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock mehr auf Fliegen hier im Wohnwagen, weil das immer so viel, 80 Stück hier auf 12 Quadratmeter. Was wird noch gemacht? Unsere Dusche wird hoffentlich installiert. Ach, ganz viel. Mir fällt gerade gar nicht alles ein, ehrlich gesagt. Das kommt dann, wenn wir da sind. Ne, mir fällt jetzt so nichts mehr ein. Ihr seht es ja in den Daily Vlogs. Ich nehme euch mit, nur dass ihr einen groben Überblick bekommt. Heute, das wird, weil die Einfahrt ja noch nicht fertig ist, der Wohnwagen muss auf unser Grundstück gezogen werden. Und normalerweise haben wir Hilfe von jemandem, dessen Auto ist aber gerade nicht verfügbar. Deswegen muss Bernd mit unserem i40 da hochfahren. Wir bekommen zwar Hilfe beim Rangieren und so und dass da so Platten hingelegt werden, so Holzbohlen und so. Aber das zeigt der Bernd euch auf seinem YouTube-Kanal. Der ist unten auch verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der zeigt euch immer diese ganzen technischen Sachen und so. Gebt mal die Powerbank bitte her. Mama. Dankeschön. Nimmst du deinen Rucksack mit? Genau. Nimm den mal mit. Ja, und ansonsten, dann wird heute der Wohnwagen ausgeräumt. Und dann machen wir eine Begehung am Haus, ob alles in Ordnung ist. Ich freue mich auf noch etwas, auf unsere riesengroße Badewanne. Die sind jetzt verschieden groß. Wie viel Liter hat die? Ich weiß es nicht. Die hat ungefähr doppelt so viel Liter Fassungsvermögen wie eine normale Standard-Haushaltsbadewanne. Und die ist richtig, richtig cool, wenn wir da zusammen baden gehen. Angesagt sind 36 Grad. Ach genau, das wird auch noch gemacht. Am Wochenende kommt der Baggerfahrer und macht das Pool-Loch zu, welches wir ja haben buddeln lassen und uns jetzt doch umentschieden haben. Der kommt, dann wird das zugemacht und dann können wir unseren Pool aufbauen. 36 Grad sind in Ungarn und wir haben keinen Pool. Ich hoffe, das Wetter bleibt danach noch ein bisschen beständig. Also ich brauche jetzt nicht 36 Grad, aber schönes Pool-Wetter zum Schwimmen. Wäre schön für die Kinder und für mich auch. Hier ist das Buch, Bernd. So, ich brauche heute keine Betten machen, weil wir die ja eh alle abziehen und rausholen. So. Guck mal, ich zeig dir mal was Cooles, Lili. Guck mal her. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Bernd hat schon ein bisschen abgebaut oben. Ach, oben. Draußen. Hier, Lichterketten und was wir alles immer installieren, wenn wir ein paar Tage stehen. Stundenlange Arbeit für ein paar Tage. So sieht es jetzt hier aus. Jetzt schreibt der Papa die Liste. Wir machen euch wieder ein Kosten-Video. Was sonst diese fünf... Machen wir einen Monat oder machen wir fünf Wochen? Die Reise. Die komplette Reise. Machen wir sowas auch mit rein wie Dachgepäckträger? Das habe ich alles aufgeschrieben. Das können wir ja separat aufhören. Ich glaube, diese fünf Wochen sind wir richtig eskaliert. Also ich schätze mit allem 5000 Euro. Ja, mit allem drum und dran. Ja. So, guck hier ist unser guter Verdauungsmüsli. Lecker, lecker. Das hört sich so komisch an, Verdauungsmüsli. Ja, das ist halt... Ich sage nur, dass sie sich komisch anhört. Ja, es hört sich komisch an. Aber ich sage das immer. Ich finde, wie hat es Spaß. Weil ich habe mal jemanden gesehen auf Instagram. Der hat Werbung gemacht für... Ich weiß nicht, wie das hieß. Ist auch egal. Ich will ja jetzt nicht Werbung dafür machen. Merke. Also ich möchte ja nicht für dieses Produkt Werbung machen, sondern es war halt so ein Verdauungssaft. Also es war so ein Pulver, das musst du im Wasser machen. Davon solltest du jeden Tag, ich glaube, zwei Stück trinken. Für eine gute Verdauung. Und dann stand da so, keine Ahnung, 80 Prozent der Menschen haben Probleme mit der Verdauung und so. Und erstens glaube ich nicht, dass das gesund ist, dieses Zeug täglich mehrfach zu trinken. Zweitens glaube ich, dass es ekelig ist. Und drittens ist es teuer und keine Ahnung. Und wenn ihr immer leidensam regelmäßig esst, dann klappt es auch so mit der Verdauung. Und deswegen nenne ich das immer so. Probiert mal Müsli selber machen, Leinsamen. Dann pfluckt das auch. Wenn wir wirklich 80 Prozent Probleme damit haben, dann sind bestimmt auch einige meiner Zuschauer betroffen. Wir gehen jetzt eben Proviant holen, Brötchen. Wir haben irgendwie nur noch vier Scheiben Brot oder so. Wir fahren ungefähr drei Stunden jetzt. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu essen haben. Ah, hupen, Olivia. Boah, die brauchen wir jetzt immer, diese Einkaufswagen. Rum, rum, hupen. Das war richtig cool jetzt beim Einkaufen. Na, komm, ich halte dein Wasser kurz fest. Gute Zeit. Dann komm raus. Boah, sowas müssten die überall haben, solche Einkaufsdinger. So entspannt waren wir noch nie zusammen einkaufen. Hier ist dein Wasser. Das war richtig cool. Komm, jetzt gucken wir mal, wo Calvino und Smurphy sind. Komm. Ja. Sollen wir so einen Einkaufswagen mitnehmen? Das wäre was, ne? Als Kinderwagen. Komm, wo ist der Calvino und der Smurphy, Olivia? Komm. Die sind da hinten. Soll ich dein Wasser tragen? Nein? Guck mal, da ist der Calvino. Wartet. Hier. Möchtest du was trinken davon? Hier. Ja, ich wollte dir was Besonderes zu trinken mitbringen. Aber die hatten nichts. Willst du noch mal gucken? Also die hatten viele Sachen, aber ich wusste nicht, was dir schmeckt. Ja. Geh du noch mal rein. Ich gebe dir Geld. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Es ist so heiß. Jetzt schon. Es sind ja 36 Grad für heute, glaube ich, angesagt, oder? Wir haben jetzt halb elf. Und dann macht das alles jetzt keinen Spaß mit dem Abbauen. Ich mach die doch im Sinne, wo ich nicht schließe. Ja, ist ja nicht schlimm. Hier drin geht's. Aber ihr steht da in der prallen Sonne, ne? Das ist halt unangenehm. Kann man besser in den Schatten gehen. Ja, ich mach jetzt mal die Brötchen. Noch ein paar Sachen. Einräumen, umräumen. Geht's ab. Ja, machen wir. Ein Stück Käse. Hat sie denn ganz aufgewessen? Ich bin auf den Krümel heruntergefallen. Boah. Ja, ich bin jetzt fertig mit Brötchen. Hier. Käse für Livia. Noch jemand außer Smurvy? Gut. Dann fliegender Wechsel. Nimm ich Livia. Ja. Ich hab jetzt die Brote nur hier liegen lassen. Ich hab ja alles rüber. Power-Auge schon drüben. Also Bluetti. Oha. Danke. Danke. So ist der Smurvy. Zeig mal die Fanta. Die ist so lecker. Die hat Kölvino sich gerade ausgesucht. Ja, ich hab ja schon neunmal. In Ungarn haben wir davon literweise. Aber möchtest du? Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Nein, danke. Bleib mal hier. So sieht's jetzt da aus. Halbfertig. Ich schätze mal halbe Stunde noch, dann können wir abreisen. Ungefähr. Ja. Halbe Stunde noch? Ja, da steht ja noch der Tisch. Ey, ja. Jetzt hat der Eti dein Käse gegessen. Geht der Tisch nicht schnell eigentlich? Geht zum... Eti, ab. Ab. Bitte? Geht der Tisch nicht schnell eingeklappt? Ne, muss man halt auseinanderbauen. Das dauert ein bisschen. Fünf bis zehn Minuten. Ja, fünf Minuten. Ungefähr. Stehen, ich hol die gleich. So. Komm her, ich helfe dir. Wir dürfen wieder kurbeln. Da reinstecken. Warte. Oha. Soll ich jetzt schon oder erst ankuppeln? Kann ich ankuppeln, wenn nicht gekuppelt ist. Ach stimmt, ja, ja, ich vergesse das jedes Mal. Guck gut zu, geht die hoch, die Stütze? Mache ich das richtig? Uiuiui, abgerutscht. Ja, aber viel sind wir. Ja, aber viel sind wir. Wir sind jetzt über die Grenze gefahren. Wir sind jetzt in Ungarn. Wieder in Ungarn. Es war gar keine Kontrolle. Nix. Da war nicht mehr einer. Genau, 1,20 Euro. Die Kinder schlafen jetzt, die Kleinen. Es war gerade etwas stressig. Schreibt mir mal, wie ihr das so habt. Es war warm. Livia war müde. 1,20 Euro. Die war müde. Alle waren genervt, gestresst, hungrig. Deswegen konnte ich nicht filmen. Alles. Auch den Grenzübergang konnte ich nicht filmen. Hier ist die Torme Gotthard. Torme Gotthard. Ja, jetzt sind wir wieder in Ungarn. Geschafft. Sechs Wochen waren wir weg. Nicht fünf. Ich hoffe jetzt mal. Wie ich hier mal erzähle, wir waren jetzt sechs Wochen weg. Sechs Wochen. Wir waren in Italien, in Österreich, in Deutschland. Wir waren sogar einen Tag in den Niederlanden. Was waren wir noch? Das war es. Und jetzt sind wir in Ungarn. Wir werden auch mal nach Slowenien fahren von Ungarn aus. Kaffee kaufen. Dann nehme ich mich mit, dann zeige ich euch. Das Kaffee war günstiger in Slowenien als in den Niederlanden. Schmeckt super. Schmeckt super. Und ist von uns nur eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Ich zeige euch jetzt mal unseren Dachgepäckträger. Guck mal, wie der wackelt. Muss wackeln. Vorne wackelt, ja. Muss wackeln. Muss wackeln. Ne, wackeln. Und Smurphy geht es denn. In 300 Metern den Kreisverkehr am liebsten Ausfahrt von US. Smurphy schneicht und sabbert. Dabei läuft was aus der Nase. Wackelt. Kermit der Frosch. Kermit der Frosch. Und guck mal, hier Tankstelle. Diesel steht jetzt 480. Ja, der Ungarische. Ja. Ja, aber das ist so in Ungarn. Der Preis für die Einheimischen ist gedeckelt. Und dann tankst du dann halt ganz normal. Jeder kann tanken natürlich. Mit dem Ungarischen Kennzeichen kriegst du dann für 480 Forint den Preis. Mit Ausländischen Kennzeichen, so wie wir. Wir haben ja noch das Deutsche. Ich weiß nur warum, ja. Ja, weißt du das? Wo steht denn der Preis? Und geschrieben, gepostet, ihre Kassenbombs in verschiedenen Gruppen. Ja. Den Kreisverkehr verlassen. 2,20 Euro. Ja, aber du könntest ja. Es könnte ja auch sein, dass es dann teurer noch ist. Also, nur weil das jetzt einer bei Facebook gepostet hat. Es haben mehrere gepostet, dass Diesel um die 2,20 Euro für nicht ungarische Kennzeichen kostet. Ja, wo du sagst, es könnte teurer sein, aber warum sollen die das dann mit Kassenbombs rauskommt? Nein, es kann ja einfach ein schwankender Preis sein. Wie in Deutschland auch. Mal kostet 2 Euro, mal kostet 2,30 Euro. Oder? Eigentlich war das immer sehr konstant, genau wie in Kroatien. Aber das ja im ganzen Land immer gleich. Jedenfalls so ist das. Aber das steht ja immer noch. Ich wollte euch die Frage beantworten. Die Prodigung. Die Frage beantworten, weil es wird oft gefragt, warum unser Auto denn noch in Deutschland angemeldet ist. Aber wir ja nicht, wie das geht. Und weil wir ja immer so über Deutschland meckern. Aber das lassen wir so. Das ist ganz einfach. Das kann jeder machen, der sich auch abmeldet. Man braucht einfach nur einen Empfangsbevollmächtigten. Mit dem geht man zum Straßenverkehrsamt. Da gibt es einen Paragrafen für. Und dann kann man das Auto trotzdem auf sich selber angemeldet lassen. Aber die Post geht halt zu dieser Person, die auch dazu einwilligen muss. Das ist halt, wenn du Strafzettel kriegst oder so, dass die zugestellt werden können. Aber das darf jeder, der ohne Wohnsitz in Deutschland ist, machen. Das geht aber nur, wenn du die Minifu an einem anderen anmeldest. Wenn wir uns zum Beispiel in Paraguay oder in Ruckel anmelden, müssen wir uns da anmelden. Ja, weil ich war auch schon, hatte ja schon mal die umgekehrte Situation. Ich habe in England gelebt, hatte dann da ein Auto gekauft, bin dann zurückgewandert nach Deutschland. Hatte also ein britisches Auto mit Lenkrad auf anderer Seite und Kennzeichen britisch. Und habe dieses Auto halt dann in Datteln gefahren. Und dann wurden wir öfter von der Polizei kontrolliert. Einfach, weil es wahrscheinlich ein ausländisches Auto war. Und dann hat die Polizei gesagt, wenn ihr länger als drei Monate mit dem Auto hier in Deutschland seid, müsst ihr das ummelden. Und dann wurde das Auto in Deutschland angemeldet. Das ging auch alles. Da musste man nur einmal einen TÜV machen, weil das Lenkrad halt, aber ohne Probleme. Genau. Jetzt freuen wir uns gleich auf unser Haus. Wir fahren doch ungefähr zwei Stunden, ne? Und die immer noch tagsbefreit ist. Ja, normal ist eine Vignette, ne? Erzähl mal. Normalerweise muss man Maut halt zahlen, die Fliehautobahn. Ja. Aber ist halt immer noch durchgestrichen. Weißt du, wie führt uns hier auch her? Ich vermute mal, dass das was mit diesen Rabatten ist noch. Mit den sieben guten Ambersmitteln, die reduziert sind das Tankvereinermische. Vermutlich weiß ich nicht. Jedenfalls ist durchgestrichen auf allen Schildern. Deswegen fahren wir jetzt hier, das ist nicht die alte Straße. Vielleicht weiß das ja auch jemand, der zuschaut, warum man keine Vignette haben muss. Keine Maut bezahlen muss. Keine Maut. Sorry. Aber Vignette haben wir in Österreich. Ja. Da steht auch den Unterschied. Klar weiß ich, was es bedeutet, aber ich denke jetzt Maut, Vignette, toll. Alles so selber. Man soll dafür bezahlen. Ja. Die Straße nutzen. Tax. 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 Ja. Mit wo sind wir dann aufgesetzt? Achso. Scheiße. Wir sind vor unserem Haus. Und jetzt geht der Wagen richtig hoch. Wir haben richtig aufgesetzt. Wir sind gleich geschraubt darüber. Aber hinten hat sich das echt hardcore angehört. Richtig aufgesetzt ist was anderes. Ja sorry. Das hat sich angehört, als ob unten was aufgeratscht ist. Jetzt ist der Plan abkuppeln. Der Wohnwagen bleibt jetzt erstmal hier stehen. Und Bernd fährt das Auto hoch. Damit das leer geräumt. Damit es natürlich noch höher geht. Ich gehe jetzt mal mit euch rüber. Über die Straße und zeige euch unsere Auffahrt. Oh, ist so zugewachsen. Ja, so sieht es aus nach sechs Wochen, wenn man wiederkommt. Richtig zugewachsen hier die Auffahrt. Oh, schön sieht das aus. Ja, hier hatten wir die Löcher provisorisch mit kaputten Dachziegeln gestopft. Bitte? Und ja, hier war alles. Hat man nur diese Steine gesehen. Das ist ja richtig zugewochert alles. Wow. Tada. Es wurde hier nochmal für uns gemäht. Vielen, vielen Dank. Oh, die Trompetenblume. Habe ich nicht gehört da unten. Hier ist ja noch eine gekommen. Gucken. Ja. Boah, ist das gewochert. Alter Schwede, da habe ich was zu tun. Boah, wow. Der Wein. Boah, die Weintrauben, wie groß die geworden sind. Und die Sonnenblumen? Die sind nichts geworden. Da sind Weintrauben. Boah, Gesundheit. Wow. Das Trampolin steht noch. Ja, der Plan ist jetzt, der Papa fährt jetzt... Pack den Smurphy mal in den Zaun rein. Ja, was? Weil der Bernd parkt jetzt hier oben. Alter, man kommt ja nicht mal mehr rein richtig. Komm, mal gucken. Ich komm. Man kommt nicht mal richtig rein. Ich bin... Ja, ich komm. Oh, er setzt auf. Ist doch... Guck nicht hin, Mama. Du weißt doch, dass du dich da war. Du hast dich nicht. Du bist hier mit dem Wohnwagen durchgekommen. Guck dir was mal an. Boah. Oh mein Gott. Ey, sechs Wochen. Das sieht ja aus wie mehrere Monate. Der Papa, ne? Wer ist jetzt da? Boah. Okay, so, hier kannst du auch laufen, Livia. Ja. Guck mal, wir haben einen kleinen Baum. Boah, was und? Wie? Ja, zugewuchert. Guck mal, unser Tor. Wie das gewachsen ist. Heftig. Boah. Ist das alles... Ja, haben wir erst mal ein paar Tage was zu tun. Schön. Wow. Unglaublich. Guck mal, der Berg. We are back. Die Lagen ist. Die habe ich da gerade hingelegt, die Chips. Ich mache ihn... Ja, mache ihn von alleine. Ne, fest. Und dann gucke ich, ob der Auto... Ich kann den mitnehmen. Dann nehme ich ihn halt mit. Ja, jedenfalls ist jetzt der Plan, wir räumen das Auto erstmal aus. Und dann bekommen wir nachher, und den Wohnwagen auch, und dann bekommen wir nachher Hilfe. Zwei starke Helfer kommen, dass wir den Wohnwagen mit unserem I-40 hochziehen. Aber das seht ihr bei Bernd auf dem Kanal. Wir machen jetzt erstmal eine Grundstücksbegehung, und nachher, wenn wir ins Haus gehen, dann zeige ich euch unser Haus, wie es aussieht. Das ist kein Dingens, Rote Wete. Nee. Das ist keine Rote Wete, das ist mein Raditz. Ich bin gespannt, ich schätze mal, das wird mega holzig sein. Ich werde mal gucken. Ich werde erstmal... Vorsicht, wir haben Wasserdruck von Niagara Fälle hier. Wasser. Smurfy. Smurfy, gib ihm mal einmal Wasser, bitte. Du? So. So. Oh, sorry. Hier, Smurfy. Einmal Wasser für dich. Back in deine Hut. Ich mag er nicht. Dass da keine Blöber drin sind. Ja. Isst du das? Ja, dass es gut schmeckt. Ja, bestimmt. Mama. Ja, es ist alles so, wie wir verlassen haben, Livia. Keiner hat alles fertig gemacht. Die Spülmaschine ist das, ne? Jetzt brauchen wir nicht spülen. Zwei Monate bleiben wir hier. Unsere Kaffeemaschine. Ja. Geiler Kaffee. Machen wir mal an jetzt. Boah. Oh oh. Ach, die hat kein Wasser drin. Muss ich erstmal Wasser reinmachen, dann gibt es erstmal Kaffee. Haben wir gesagt, ne? Während wir nach Hause kommen. So. Wir haben gesagt, wenn wir in Ungarn ankommen, dann trinken wir erstmal in Ruhe einen Kaffee. Und? Das hat total geklappt. Das machen wir nicht in Ruhe einen Kaffee trinken. Du weißt genau, wo dein Futter einmal steht. Komm raus, da Smurfy. Raus. Das Licht ist oben angegangen. Das ist eigentlich immer so. Auch morgens sagen wir, komm, wir trinken erstmal in Ruhe einen Kaffee. Und immer rödeln wir. Das ist noch, das kriegen wir noch nicht raus aus uns. Boah. Ich schneide es jetzt auch. Phenomen. Ich muss noch Kaffee aufbüchen. Ich kann hin. Smurfy warte. Boah, das kriegt man kaum geschnitten. Ja, aber das ist wahrscheinlich richtig vollständig. Ja, Smurfy will raus. Ja, ne, hier. Ja. Das ist Kaffee aus Slowenien noch. Der günstige vom Spar. Der war richtig lecker. Darf ich es einmal in die Kamera zeigen? Mach doch. Das ist das größte Radieschen, was ich je gesehen habe. Das sind zwei Hälften. Also, man kann es zwar nicht mehr essen, aber es ist schön. Schönen, groß. Mama. Ich weiß aber, wofür das gut ist. Kompost. Ja, das stimmt. Mama. Ja. Julia. Ja, das wird nicht schmecken. Aber die Karotten schmecken bestimmt. Ich habe schon die Karotten gesehen. Die sind auch kasselig. So kannst du das Spielzeug, ne? Das kannst du alles schön hinter dir herziehen. Das hat alles hier auf dich gewartet. Alles neu entdecken jetzt. Soll ich dir einen Tee machen, Calvino? Ja, mit frischer Minze. Wie sieht die Minze aus, die Minze? Soll ich, ich habe nur bis eben bis groß geworden. Ja, ich gehe eben ernten, ja? Ich gehe eben zum Kräutergarten. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt immer die Tür zumachen. Oh, es gekippt hier wieder. Ja, wir müssen das auf jeden Fall, müssen wir uns drum kümmern. Und dann mache ich morgen jetzt das erst mal. Wenn du einkaufen gehst morgen, mache ich das. Die Glasscheibe kaputt gegangen hier, als wir weg waren? Bitte? Ist die Glasscheibe kaputt gegangen hier, als wir weg waren? Ja, die Glasscheibe. Ja, guck gleich, auf dem alten Grill. Wo ist denn hier die Minze? Das ist eine Brennnessel. Da ist sie. Da ist die Minze. Ja, da muss ich Unkraut jäten. Ah, warte mal. So. Ein Minztee für Kalle. Probiert das mal. So lecker. Ich komme. Lass mich mal rein. Machen wir jetzt einen Tee. Ich komme. Papa. Ja, Moment. Dann komm raus, Livia. Komm. Dann komm. Raus. So, ich mache hier wieder zu. Komm, helfen. Brauchst du keine Hilfe? Nein, ich dachte nur Kalle da hier. Der hätte was annehmen können. Dem mache ich jetzt einen Minztee erstmal. Was ist denn denn? Drin. Alles drin? Ja. Livia, kommst du bitte? Komm, wir machen einen Minztee. Möchtest du auch einen Minztee? Dann komm rein. Dann haben wir da Nutella. Ja, alles ist wieder da. Ein Minztee für Kalle. Ein Minztee für Livia. Ja, du kriegst auch einen. Papa fährt Kaffee. Ja, du kriegst auch noch ein bisschen Zucker. Und zack, so. Ja. Soll ich dir annehmen? So, jetzt gibt es kein meditatives Saugen, also Fegen, Spülen. Wir haben Spülmaschine, Saugroboter, Waschmaschine. Ja, ich kann gerade nicht. Ich lade gerade eben den Staubsauger. Einmal stecke ich den rein und dann komme ich gerne gucken. Dann kann der nämlich schon mal vollladen. So. Piep. Waschmaschine. Der wird nämlich einen leeren Akku haben. Wasser kocht. Auch, ach so, und das wurde ich immer wieder gefragt, wenn wir in Ungarn Videos gezeigt haben, dieses Wasser, woher das ist. Weil ihr das auch kaufen wolltet. Das ist hier in so einer Spritzflasche. Ich zeige es euch. Das ist Mineralwasser, wenn du hier drauf drückst, kommt es raus. So, voll praktisch, ne? So. Und das wird hier immer geliefert in Kisten. Dann stellt man halt die leeren Kisten vorne an die Straße mit Geld und dann tauscht er das aus in volle Kisten. Und ihr wolltet wissen, woher das ist. Da. Könnt ihr es lesen. Das ist der Jonas Tibor aus Paxhaar oder so. Falls ihr es kaufen möchtet. Okay. Absolutely. Bis zum nächsten Mal. Ich saß schon jetzt gerade so fünf Minuten in unserer Eingematte draußen. Das war schön. Ich mache jetzt gerade zwei Gallonen Wasser voll, weil wir ja draußen leider immer noch keinen Wasseranschluss haben. Sorry, aus Versehen ausgemacht. Ja, das ist sehr schade. Es ist so schönes Wetter und Livia möchte planschen. Wir tun uns jetzt auch zwei Gallonen oder mit Wassermatschen eher gesagt. So, und ich sag euch, ich bin so froh, dass ich vor Abreise grob alles geputzt habe und aufgeräumt habe. Dass man da jetzt nichts mit zu tun hat. Das ist richtig angenehm. Oh, ich hasse das, wenn man nach Hause kommt aus dem Urlaub. Also Urlaub, ne? Von einer langen Reise. Und da muss man erst mal putzen. So, guck mal, Livia. Ich habe zwei Gallonen für dich. Zwei Gallonen Water. Die hat Latschen an. Ja, erst mal Blumen gegossen drin. Die haben alle überlebt. Ich mache immer Friss oder Stirb. Hat geklappt. Aber Durst hatten sie. Alles hing. Alle Köpfe hingen runter. Vorsicht, Livia. Ja, das ist jetzt suboptimal hier. So. Lass dich dann rauslaufen. Murphy. Meine Güte. In Ritzen hier. Unkraut auf der Terrasse. Zack. Überall. Die wird irgendwann hier auch mal gefließt und eine Schiefe gemacht. Ja. Haben wir nicht so viele Ebenen hier. Aber für jetzt. Die sind in Ordnung. Weißt du, wo die Wäsche springt hingekommen ist? Die ist, glaube ich, drinnen. Wo der Sonnenschirm auch ist. Das ist der Besen, ne? Kannst du gleich haben. Ich wollte nur eben einmal hier hochfegen. Und, wenn du da reinkommen willst. Hier. Hier. Oder riskend. Kohlkohl. Ich gehe mal runter, mein Eberchen. Du machst kurz was drin. Dann kommst du nicht mehr hochfegen. Warte, kannst du gleich haben, den Wiesn. Genau. Immer so lange. wir gucken mal nach dem kompost levia ja den hat der papa uns gebaut haben wir gucken mal was der macht habe ich noch nicht gesehen ich sehe nur da kommen blumen raus wenn man nur so einen kleinen kompost gemacht weil wir nicht so viel hier sind hier kommen die brennesseln raus hier da ist der kompost haben wieder platz unterwegs die helfer sind da und die machen jetzt den wohnwagen auf unser grundstück idealerweise das ist rosmarin idealerweise ohne aufsetzen weil ich da immer nicht zugucken kann weil ich dann so nervös bin weil das ist ja so unser zu hause sondern wir verbringen die meiste zeit des jahres in dem wohnwagen und wenn der kaputt ist oh mein gott deswegen bin ich jetzt hier hinten und mach schon mal das unkraut weg außer die brennnessel weil die piekst so sehr es hat mir keine ruhe gelassen guck mal wie schön die kräuter angegangen sind die minze die haben wir aus deutschland die habe ich schon jahrelang die schleppe ich mit von garten zu garten und bin ich richtig froh dass sie so schön angegangen ist auch der rosmarin richtig das riecht die petersilie da freue ich mich schon wenn wir kochen das riecht gut ne livia machen wir schön rosmarin kartoffeln die brennnessel was machen wir damit schauen wir mal das auto fährt ich höre das richtig wie die reifen ein bisschen durchdrehen und so ist immer heikle faser ich bin so froh wenn die einfahrt gemacht ist dass man nicht auch angewiesen ist immer menschen zu fragen ob die uns helfen so gehen wir wieder raus wir gehen raus der wohnwagen steht das ging ja echt rucki zucki ja das ist dein transformers auto jetzt habe ich gerade hier ein bisschen den wein geschnörkelt weil er richtig so hochgewuchert ist ich hätte im leben nicht gedacht dass der so gut kommt und jetzt guck mal hier hier einfach nur mal drunter gucken wie fett die trauben schon sind die werden dunkelrot und zuckersüß jetzt sind die noch sauer wir haben die probiert ne livia die sind ganz 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 sauer da zieht sich alles zusammen die kann man nicht essen so und ich wollte dieses jahr traubensaft daraus machen im herbst ich bin gespannt ich glaube im oktober sind die reif du kannst die essen wenn du möchtest bitte ein grashüpfer levia beim papa ja wo ist der jetzt hochgegangen hat man richtig gesehen wie der hochgegangen ist der wohnwagen also gekurbelt hat ja und hier das muss ich komplett beschneiden da mache ich mich jetzt die woche mal dran wir haben mit 36 grad angesagt eti aus was hast du da aus hast du einen reifen abgeknapst von dem transformer auto muss das sein das ist noch vom calvino ja mach das nicht alles kaputt ja also 36 grad da weiß ich nicht da müsste ich um fünf uhr aufstehen um hier gartenarbeit zu machen sonst ist mir das zu heiß hier ist unsere windrad sammlung ach der eine schuh ja dein alter schuh ne smurphy aus ja sag ihm nein jetzt müssen wir das trampolin noch weg packen weil ja der baggerfahrer kommt der nicht jetzt die woche der berg wird abgetragen und wird da rein geschoben da ist das loch hinter für den pool jetzt wieder ausziehen die gummi stiefel sie davon haben wir aber nur noch ein schule wir den anderen haben wir verloren in italien da hast du einen von anderen fuß kommen der andere kommt da rein ja dann geht damit dem rein genau und dann müssen wir den zaun auch abmachen dann kommt das trampolin dahin mir wird jetzt schwindelig ich muss erst mal was essen beim essen bestellt das kommt jetzt gleich in einer halben stunde zu wenig gegessen heute ja das können wir machen wir haben ja hier diese alugasflasche dabei gehabt als einzige gasflasche machen wir sechs wochen hier machen wir sechs wochen mit gekocht also acht wochen eigentlich sieben bis acht wochen gekocht und dies jetzt ist immer noch was drin aber es ist hier fast leer und tihani ist hier in ungarn so eine halbinsel in den baller ton rein das wunderschön da kann man die auffüllen lassen und selbst wenn da noch noch was drin ist von gas normal in deutschland musst du die halt leer abgeben dann wird das getauscht glaube ich und hier wird die nur aufgefüllt dann bezahlt man nur nach liter sowie tanken quasi und da machen wir da mal ausflug hin lassen die voll machen weil wenn wir ja wir fahren ja in zwei monaten nach kroatien für drei vier wochen dann nehmen wir die wieder mit weil die alugasflasche die wiegt nur die hälfte ja du musst einen anderen schuh auch anziehen das piekst natürlich ja ja dann kann ich die gummistiefel wieder weg bringen mit ja ja levia was soll ich denn tun du hast dich so gefreut über deine gummistiefel als sie die entdeckt hast du schon die wäschespinne gefunden hast du schon die wäschespinne gefunden meine erste maschine ist gleich fertig bitte ok dann kann ich nämlich gleich aufhängen meine kochwäsche habe ich jetzt drin aber erst trinke ich jetzt ein glas wasser und warte aufs essen schau mal die lampen hier ums hier dann fliegen die schön die sonne auf ach so was steht mir nirgends da muss man die nicht immer umhängen warum hast du hier nicht drauf gemacht weil es nicht ging ein bisschen anders rum drauf ist ein gegengewinder und das ist richtig fertig ich weiß ich hab die ja da hochgehoben wenn das ein auto gehört was jetzt hier abbremst essen 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 ja er kommt bei uns hochgefahren es gibt le penne vegetarisch pizza pizza salat ich weiß nicht ob es auch drei verschiedene pommes so normale pommes steak pommes und noch irgendwas haben wir schon extra heute vormittag bestellt mit einer uhrzeit ich glaube 18 uhr 30 mussten wir nicht warten und nicht kochen jetzt gibt es essen wir haben richtig schön baden in unserer geilen badewanne das ist dieses le penne oder wie das heißt das ist halt so pizza teig und dann aufgeschnitten und dann ist da salat und tzatziki zwiebeln hier ist jetzt schafskäse mit drin oliven zwiebeln alles mögliche das hatten wir zwei mal dann hatten wir steak pommes das waren drei solche packungen einmal steak pommes einmal normale pommes und einmal röstis alles zusammengeschüttet jetzt und eine vegetarische pizza dann riesengroß insgesamt haben wir 30 euro bezahlt genau und jetzt mache ich hier noch die wäsche die hole ich raus noch eine nächste maschine und ansonsten wird dann heute nicht mehr viel passiert ich bin richtig müde wir haben draußen noch die lampen aufgehangen die habe ich euch gezeigt wie wir die aufgehangen haben die ersten gehen jetzt an vielleicht zeige ich euch das gleich noch eben wie die leuchten das sieht nämlich echt schön aus ich habe voll den pickel hier mitten auf der backe ich kann euch die lampions nicht zeigen wie die leuchten wisst ihr warum da waren keine batterien drin die aufladen konnten ja das wusste ich nicht ich habe die so schön aufgehangen aber die sieht man auch nicht die da draußen hängen egal ich zeig es euch irgendwann sind jetzt erst mal ein paar wochen hier so ich esse jetzt nochmal zweite runde vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns morgen in alter frische hier aus unserem haus in ungarn mir ist willkommen